Was ist das denn, Bro? Ich lade dich jetzt ein. Ich muss eine Lobby kurz aufmachen. Na, was ist das? Digga, was ist das für ein Game? Oh mein Gott, ich bin schnell zu laden. Habe ich dich überhaupt auf Steam? Ja, ich habe dich auf Steam. Wieso macht der... Oh mein Gott. Ja, mach schnell. Ich bin drin. Oh, jetzt mache ich auf. Ich bin drin, Digga. Sehr schön. Friends only. Okay, nice. Oh mein Gott. Wo bist du? Es funktioniert. Geil, Digga. Was ist das? Bro, wir fahren jetzt los. Wer bist du? Was? Was ist das denn? Nein. Diese Sachen hier. Nicht alles. Wir müssen hier ein paar Sachen ins Auto einpacken, okay? Bevor wir gleich losfahren. Das wird eine sehr, 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 sehr lange, lange, lange Reise für uns, okay? Und wir müssen an Benzin denken, Diesel. Hallo, du sollst die Waffe nicht nehmen und dir selber ins Gesicht schießen damit, Alter. Gib mir die Waffe. Die brauchen wir für die Zombies. Zombies? So. Wir brauchen... Ich fahr das Auto erstmal raus. Okay, also. Digga, ich weiß nicht, was ich machen muss. Karim. Was ist das? Bro, guck mal. Wir fahren jetzt. Hör auf, nicht gegen das Auto laufen. Das wacht uns alles rum. Oh nein. Warte, ich fahr das Auto erstmal raus. Hallo. Ey, was passiert hier? Ey, ich kann das nicht mehr. Was passiert hier? Ey, was machst du denn da, Alter? Digga, wir müssen losfahren. Pack die Sachen ein. Oben auf dem Dach. Ey, ey. Oben auf dem Dachboden ist Essen. Das musst du einpacken. Ey, Digga. Ey, was machst du denn? Hör auf, diese Sachen auf das Auto zu werfen. Wir müssen losfahren mit dem Auto. Ey. Revi. Ey, wir sind nicht mal losgefahren. Ich schwitze schon wieder. Zu meinem Bauch. Steig in das Auto ein. Wie steig ich denn ein? Wie steig ich ein? Mit E. Ich mach die Tür für dich zu. Ich mach die doch schon zu. Ey. Hör auf mit dem. Ey, Bro, bitte. Nein, nein. Es spielt am Radio schon. Ey, bitte. Er darf die ganzen Sachen nicht sehen vorm Radio. Er wird mich strapazieren. Er wird dafür sorgen, dass ich heute wieder ein Jahr weggehe. Der Finger auf der Öffentlichkeit. Oh, nein. Bitte, kurz. Ich muss dir das doch kurz beibringen, Bro. Bitte. Das ist wirklich, wenn wir einmal am Arsch sind, dann ist das Spiel vorbei. Deswegen sage ich das. Wir müssen jetzt von Anfang an alles einpacken, bevor wir gleich am Arsch sind. Warum guckst du nach hinten, Bro? Warum klingst du mir? Ich fahre, ich fahre so schnell wie der Weg. Ey, bitte nicht das Radio. Mach das gleich an. Bitte. Wenn wir fahren, okay? Ey. 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 Ey, du hast das Auto. Ey, Bro, bitte. Ey, ich will doch wenigstens losfahren, Bruder. Bitte. Ey, was macht er denn da? Karim. Wie steig ich aus? Ey, was hast du mit dem Auto gemacht? Du hast das Auto umgeflippt in der Garage, Bruder. Bro, bitte steig doch mal aus. Ich will doch nur losfahren. Wer ist das hier? Wer ist das? Das ist. Ich weiß nicht, ob wir hier rauskommen. Ich hab noch nicht einmal eine Leitze gesehen bis jetzt. Guck mal, der kackt einfach hier, während ich mit dem rede. Der kackt einfach auf den Boden, Bruder. Was ist das denn? Ey, bitte. Bitte, Revi. Nur die ersten fünf Minuten. Bitte. Okay, lass neu starten, ja? Okay, lass neu starten, ja? Komm rein. Bin drin, bin drin, Bro. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Okay, jetzt können wir anfangen. Also, wir haben hier auch Essen und Trinken. Ne? Wir müssen ja nicht umsonst kacken und pissen. Wir essen und trinken natürlich auch. Das brauchen wir alles. Pack das alles in den Kofferraum. Du essen und trinken. Ja, okay. Also, das ist in den Kofferraum. Kannst du aufhören mit deiner Kacke hier bitte rumzuwuchten? In den Kaff... Ich mach's in den Kofferraum, okay? Nein, nicht die Scheiße, Bruder. Bitte. Ey, Bro. Da ist kein Kofferraum. Das ist ein Frontlader. Hier ist kein Kofferraum. Wo ist denn unser Kofferraum? Wir haben keinen. Oh nein, hier ist der Motor. Oh nein, Digga. Wir haben so ein scheiß Auto bekommen auch. Aber ist egal, wir nehmen das jetzt. Okay, komm. Sollen wir nichts mitnehmen? Wir haben kein Radio. Karim. Ja, weil das so ein scheiß Auto hier ist leider, weißt du? Ja, und jetzt? Ja, wir gucken, ob wir eins haben. Drin noch. Vielleicht können wir drin eins einbauen. Das kannst du ja alles einbauen, weißt du, wenn du das hier findest. Ähm, Karim? Ja, Bro? Hörst du mich? Ja, guck mal. Hier ist ein Radio, komm her. Ja, ähm... Das kannst du einbauen. Bro? Äh, egal. Guck mal. Nimm das einfach in die Hand. So wie ich jetzt. Und dann kommt da irgendwann so ein... So ein Werkzeug. Und dann drückst du einfach F. Und dann macht er das wieder dran. Okay, machen wir das Radio rein? Und das kannst du auch selber reinmachen. Nimm das Radio in die Hand, geh vorne ans Armaturenwirt und drück F. Mit mittlerer Maustaste, wenn du das gedrückt hältst... Alter, ist das scheiße, das Spiel. Warum ist das denn scheiße? Ich hab's nicht eingebaut bekommen, das Radio. Du musst es machen. Das geht doch ganz einfach, guck. Ey, das Auto ist zu alt für ein Radio. Wir können das hier nicht einbauen, aber wir können es einfach hier hinlegen. Das geht auch. Und dann? Ja, dann kannst du es gleich benutzen. Okay. Ja, man kann es leider nicht einbauen. Ey, warte mal. Jetzt ist irgendwas falsch. Jetzt ist meine... Meine Vision ist falsch. Hey, Bro, ich bin in meinem Arsch drin. Ich bin in meinem Arsch drin. Wir können uns nicht einfach loswerden. Was ist das? Ich muss dir jetzt an zwei Leute denken. Bro, du kannst einfach aufstehen. Nein, ich bin in meinem Arsch. Du bist am Arsch. Ja, das bist du. Und er auch nicht seit heute erst. Das stimmt. Wo bist du denn? Was machst du da? Hör auf. Nimm das... Nimm doch mal bitte die Sachen mit, damit wir losfahren können. Ach so. Okay, was denn? Vielleicht sollte ich noch ein Ersatzrad mitnehmen. Falls was passiert. Oh nein, ich hab alles eingepackt, was wir brauchen. Was hast du da gerade eingepackt? Alles, was wir... Nein. Warst du im Keller, Revi? Nein. Warst du im Keller? Äh. Willst du fahren oder soll ich fahren? Aber du... Bro! Ich bin dumm. Was denn? Wir fahren. Was ist das da hinten? Wer ist das? Das ist meine Freundin. Lass sie. Okay, du kümmerst dich ums Radio. Okay, ich stehe... Lass es los. Ja, ich wollte sie doch nur... Chill doch mal. Ding anfassen. Ich will auf F1. Das ist Radio. Dann schalte doch um. Hier, hier, hier. Mach 97. FM, nicht AM. Okay. Dann mach deine Finger damit. Wo ist... Stopp! Fahr zurück. Liegt das hier irgendwo? Nö. Doch, da, 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 da. Da. Ah, da. Fahr langsam ran, langsam ran. Hier rechts. Stopp! Zurück! Dann steig aus. Hey. Komm, ich stell das direkt mal ein. Ey, wie kann ich das denn umstellen auf FM? Das ist nur ein AM-Radio. Wir können damit nicht. Es gibt AM- und FM-Radios. Oh nein. Egal, ich suche einen Sender. Fahr weiter. Ja. Ich bin so ein Beifahrer. Bremse! Hör auf, damit sie auf einmal die Bremse zu betätigen. Was willst du hier alles raus? Okay, warte. Ich glaube, du musst fahren. Warum? Damit du keine Scheiße baust. So, viel Spaß. Wie geht das? Ich kümmere mich ums Radio. Wo ist die Hupe? Na, die ist doch so. Hör doch auf! Die war doch mal anständig, Alter. Ich seh das doch, du Hohensohn. Mann! Ich hab genau gesehen. Wo ist die? Stopp. Wo hast du hingetan? Wo ist die? Ich weiß nicht. Sie ist rausgeflogen. So. Wo ist sie? Ey, ich erschieß dich. Wo ist sie? Ey, Bro. Du willst deinen Partner erschießen wegen einer Puppe, Bruder? Wo ist meine verfickte Gummipuppe? Wir brauchen die Gummipuppe eher als die Tür. Wo ist die Tür? Egal. Okay, ich komm rein. Ey, Digga, der fährt einfach um die Tür. Ja, Bro, weil du die Gummipuppe rausgemacht hast. Ich hab mit's Auto geschissen. Ey, Digga, hör doch mal. Ribi? Ja? Ist alles gut? Ja. Hallo? Rivenside? Ja? Mit L machst du Licht an? Tank ist leer. Nein, oder? Doch. Du laberst grad scheiße, Bruder. Das ist kein Tank mehr. Ja, wir hätten am Anfang halt vielleicht ein bisschen tanken sollen und so. Wir haben halt ein bisschen rumgedrollt, glaube ich. Was machen wir denn jetzt? Komm raus. Schau mich an. Arim. Warum lachst du? Ich bin dumm. Komm raus. Komm raus. Oh Gott. Das sieht auch genau so aus. Nur so. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Warte, wo ist der Tank? Wo ist der Tank? Bin ich dein Ernst? Was denn? Warte. Du kackst, du kackst da rein Und denkst, das Auto fährt jetzt wieder los Alter Ist das ein dummes Spiel